Wusstet ihr eigentlich, dass all meine Stellplatzfilme mit vielen Informationen wie Preis, Adresse, Telefonnummer unter www.womerclick.de zu finden sind? Nein? Dann schaut rein! Der Stellplatz an der Ederberglandhalle liegt in Frankenberg. Frankenberg findet man ca. 38 km nördlich von Marburg im Bundesland Hessen. Der Stellplatz bietet für bis zu sechs Reisemobile Platz. Gleich bei der Einfahrt rechts gibt es eine Fähr- und Entsorgung. Auch an Strom ist gedacht. Der Platz ist auf Schotter und leider gibt es bei Regenwetter schmutzige Schuhe. Es gibt hier eine Altstadt, das Rathaus, der Hexenturm und einen Stadtpark mit einem Teichgelände und vieles mehr.